Ok Ja Willkommen zurück Moin What the fuck Ja Ja Ich hab hier grad rechts ein paar Probleme weil ich gegen Frankensteins kämpfe Oh der Mond sieht ja geil aus Ja das stimmt da links Scheiß Reaper Die droppen voll das geile Item Die Reaper Kupfermünze Eigentlich nicht Geld Nicht immer Manchmal Ach der was schießt da Ich bin am Tisch hängen geblieben Der hier war Ich hab das Bett wieder genau dort platziert Spawn Camper Boston Oh man Au Ist er ganz am Händlerweg oder was? Ja Ja Ich bin auch immer hier und ich würde gern zurück aber ich tue mir ein bisschen schwer Du tust dir ein bisschen schwer ich kenne dich Nein Das Bett liegt da und ist weg und da sind doch 17 Goldbünzen Junge Gold haben wir in letzter Zeit genug Ja Trost Ähm 17 Goldbünzen alter Ein Haufen Das TeamPunkerun lebt noch Doch Wir müssen möglichst viele Reaper töten Droppen voll das gute Zeug Nämlich ihre Ihre Wie heißt das Ding? Wow Kriegt man sonst so irgendwas schönes hierher Ja die Sense ist so ein Nahkampf-Fernkampf-Mix Wohl nicht sicher aber die macht Arsch viel Damage Die hat einen Arsch voll Damage Ja die hat einen Arsch voll Damage Ja die hat einen Arsch voll Damage What the fuck? Wo kannst du denn jetzt her? Oh mein Gott Oh mein Gott Nein 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 Wir wissen Vampir Haben wir noch irgendwas Schönes für mich? Haben wir noch rum? Jetzt bin ich heiltränkig mit Kotzen He He Chico wurde durch Ich wurde durch Wer sollte mal das Geld abbringen? Was Durchgefügel ein bisschen mehr Stapeln mehr Geld Vorsicht, das ist ein Eiser wow mit einem Auge und einem Laser Vampir, erschreckt mich nicht so das böse wenn wir irgendwo notieren sollen, wollen wir einen Schnitt machen, weil das muss man dann nachher wieder suchen Flo? ja selbst schuld ja, ne, irgendwo nicht also irgendwo schon und irgendwo nicht, gleichzeitig ah, ich bringe vor die Kugel ja, stimmt bing 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 ach, da kommt ein Reaper aus dem Untergrund einfach mal in Richtung feuern ja 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 die könnten wirklichen drops einfügen in die verdammte ich bin hier gerade nebenbei noch an munition machen und die vier wochen die flitzt der hat ein laser im auge ja aber sie ist ein auge tut das nicht wie nein mann 20 ja genau irgendein schlamm monster die hintergrund aus ok das wird auf jeden fall eine lange nacht nicht nur so das ganze geld wieder einsammeln zurücklaufen in der truhe packen und sterben ja so muss das sein okay ich konnte das geld nicht zurückpacken du willst ja bloß die dämliche sensor haben ja was muss man so lange in der küste haben wir schon drei platte menschen wir sind sogar nicht so selten ist ja stark deswegen ist ja so selten ne wir haben schon nach mitternacht also schön mit das ist und ich würde sagen wenn das hier vorbei ist und teilen wir das einfach genau in der mitte genau in der mitte das passt ganz einfach wenn wir dann einmal in 28 minuten port hätten und dann einmal keine ahnung wie lange im port ja nachdem wir noch 14 minuten oder so haben könnte man auch 28 minuten lang das ding ist einfach bloß ist ich bin am überlegen geführt das projekt einzuführen aber wenn alle projekte so eine halbe stunde gehen dann habe ich darauf auch keine luste ja wir waren anfänglich war immer in richtung 25 dann sind wir ja weil ich dann drauf geachtet habe weil ich mich im zeit an kurzes so dieses zu lange weißt du ich hätte gerne eine ordentliche zeit nicht irgendwie sowas wie ja mal 20 minuten 28 minuten weißt du so ein bisschen routine wäre nicht schlecht naja anderen für sich hatten wir es ja aber halt auf 25 minuten geeicht und nicht auf 20 ich dachte wir hatten uns irgendwie auf 20 minuten geeinigt und ihr auf 24 minuten naja weil ich weiß nicht wie wir sagen wollen aber anderen für sich hat man beim Minecraft Projekt auch gesagt 20 bis 25 maximal 30 wir hatten da gesagt 20 bis 30 minuten ja 20 maximal 30 maximal 30 mindestens ne mindestens 20 minuten muss eine folge gehen und maximal 30 dass wir ungefähr eine zeitspanne haben wo wir uns drinnen bewegen können ey aber wir haben immer so gesagt so ungefähr 25 aber wir nutzen es trotzdem bis ans Limit ne ihr hattet bei folgen nur mit 25 minuten gemacht ja weil der Stoff dabei war weil Stoff auch eben genau das gesagt hat und nur gesagt 25 minuten genau aus dem Grund deswegen sag ich das ja jetzt so direkt es steht aber auch ein Regelwerk 20 bis 30 minuten naja das war ja die Gesamtzeitspanne ja also wir haben es ja nicht so fix 25 minuten ausschlaft ne aber trotzdem nutzen wir eben diese 20 bis 25 minuten sind wir eigentlich also 20 bis 30 minuten sind wir eigentlich immer irgendwo am 30errand ja weil wir doch ja weil wir doch ja weil es das bei Minecraft ausnutzen muss ja aber ich meine das nur von der Video-Linge ja aber ich jetzt ich werde da gleich ein Schick eben zu Schimmel neilisch naaa ja ich hab's verpasst halt jetzt Oli das ist Titten ich bin fett ich bin Gamer ich muss fett sein ja aber das zählt nicht auf Schimmel Titten Titten sind Titten nein das ist eine Lüge du bist ne Lüge du bist ne Lüge du bist ne Lüge Hörger ich weiß du bist ne Lüge ich weiß ich weiß du bist ne Lüge ich weiß du bist ne Lüge ich weiß die Antische es Gold oder Bronze baller sein so hat nur keine so lange hat er auch wenn ich sagen aber gleich geht die türe zu oder aufgespüßt ab schütteln schicke wurde zerstört da stellt sich doch auf gott das ist ein eisohr und er schießt mit seinem eisohr auf uns was mit seinem eisohr seinem eisohr dem eisohr kumpel schauer sehr ziert schicke wurde brutal zensiert so gut ich kenne sind so floh das kannst du nicht so eine nette schweizung da warst du für eine scheiße da weizen also ich stand gerade so da dass ein leeres kästchen bei mir angezeigt wurde das genau über die eisklinge drüber war das hat dann ausgesehen Prozent sahen so aus wie so eine lila klinge in meinem Inventor ich wollte es anklicken habe mich gefragt warum ich es nicht nehmen kann genau wenn du hier stehst wo ich stehe und dann zum Inventor auf muss wir müssen gleich vorbei sind was habe ich denn schönes gefunden pro im grund die die ab reizster hat noch mal fünf Prozent Schaden plus was ich gefunden Ich kann mir jetzt 2 Excalibur bauen. 2 Excalibur? Ja. Du musst wohl so ein Special Item bekommen haben. Ja, Broken Sword. Hast du dir jetzt True Excalibur gewahrt? Ja. Geil. Aber ich kann nicht drauf planen, das ist blöd. Ja, das ist blöd, ja. Das Beste ist, ähm, Sascha, es gibt da noch so eine Nachtklinge, die muss man aus einem Haufen anderen Schwerter zusammenbauen. Die kann man dann auch mit so einem Broken Sword vereinen. Und wenn du dann die beiden vereinst, das Crave Calumon mit dem Broken Sword, dann hast du das ultimative Schwert. Oh geil. Nein. Aber es ist viel zu viel Arbeit. Ist immer noch Nacht? Du fragst mich auch gerade. Ist jetzt Nacht? Ich war nicht gerade. Ja. Es ist ohnehin. Ohhhh. Du weißt, ein Sonnenfünstern ist es am Tag. Ohhhh. Oh ne. Okay. Gut, ein bisschen. Wow. Ja. 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 Fünf Minuten haben wir noch. Was machen wir noch? Weiß nicht. Wie fahren fahren? So viele Minuten haben wir noch nicht mehr. Sicher fünf. Ja. Ich sag jetzt mal wirklich, wenn wir bei 28 Minuten, wenn du da ungefähr zu der Zeitraum gesagt hast, dann spürt man halt den Port einfach. Dann hätten wir jetzt noch zwei Minuten. Ja. 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 Okay. Flo will noch mal Willfang formen, damit er genug hat, damit er sich auch Geisterflügel machen kann. Richtig. Was dann? Richtig nicht. Will nur die Zeitraum schlagen. Toll. Na dann. Sonst. Was anfangen kann man nicht. Das nächste, was wir bräuchten, war ein paar Lichtzählen. Und eigentlich brauchen wir mal Chloroform, äh, Chlorophyll, äh, Chlorophyll. Da, schau. Ich kann schien es mal an mit. Ja, das ist das wahr. Hopp! Yay. Ich fühle mich irgendwie verarscht. Wir sind OP. Du bist OP. Leider OP. Du bist nur OP. Und der Typ hat ne, äh, Sascha hat so ne Ultra Zerfickerwaffe. Du bist... Du bist... Just your skill. How fast can you click? Oh? Du bist ne OP. Äh, ne OB. OB, for life. Weg, Michael. Oh. Ah. 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 Ah Gott. Nein. Nein. Ja. Sowas nennt sich ein Disconnect. Ist recht cool. Jetzt hast du das Spiel verlassen. Na, dann können wir jetzt auch den Port aufführen. Ich denk's mir auch, Corsa. Das brauche ich nicht wieder anloggen. Ich denk's mir auch. Die letzten zwei waren scheiße. Du bist scheiße. Du warst scheiße. Überleg dir mal ne klügere Antwort. Irgendwann mal, wenn ich mal was Lust hab. Ach komm, ich will, ich will einmal in der Folge mal noch schieben. Du machst das Tage oder was? Oh mein Gott. Ja. Ja. Ich hab's find's. Ich sag tschüss. Für die zwei Ports. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen, lasst es am Daumen hoch. Und bis dahin. Tschüss. Eier abonnieren bitte nicht vergessen. Mein kleiner Freund wird euch jetzt mal zeigen, wo der Abo-Button ist. Genau. Der ist da unten. Auf der Höhe meiner Eier. Also da ist ein Abo-Button. Da drüben weiter links so ist dann eben halt äh. Irgendwas linkes. Und da oben in der Mitte seht ihr dann eben halt Bluefire's Kanal. Und froh sein er ist irgendwo hier. Und ja. Abonniert mich! Nicht. So und jetzt ist die Werbung aus. Und wir werden den Part. Gute Nacht. Wenn ihr es nicht habt, töd ich euch. Jao. Na, wir bleiben jetzt nur da. Ja, ich auch. Hm? Ah. Tja. Ich spiel so lange mit meinem kleinen Freund. Ähä. Okay, tschüss Leute. Tschüss. 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 Tschüss ... ... ...